Ich rufe auf zu einem Kampf der Kadenten, angesetzt über dreimal anderthalb Minuten. Zu uns kommt in die runde Ecke von Samuels 07 Hannover, Max Michalowski. Musik Max Michalowski! Sein Gegner, er kommt von der Stieglitz-Boxing-Arademie, begleiten Sie bei seinem Walk-In in die blaue Ecke, Sergei Stinga! Musik 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 Schalowski gegen Stinga. Der Ring gehört euch. Ring frei, Runde 1. Ring frei, Runde 1. Paul, Paul. Ring k Clyde. Ring. Ring frei, Runde 1. Ring frei. Ring frei! Ich bin der Mann, der Mann, der Mann. Wir sind hier, hier, hier! Komm weiter! Komm weiter! Komm weiter! Komm! Komm! Komm weiter! Applaus Die Schweren der Schöne war in der ganzen Zeit, bei McDonalds, Mac Magdeburg. Für viele ist es ein kurzer Lauf und ein starker Feierabend. Für manche einfach nur der KS. Wir besuchen einer der McDonalds-Finalen von Sebastian Marike Magdeburg. Eine abwechslungsreiche Produkte von allen tollen Spielzeugen oder auch spannende Bücher als Alternative sorgen für jede Menge Spaß, zum Beispiel im Happy Meal. Laufend Rekreie Runde 2 Damit ist die Runde zu finn. Rund Und Atem bei jedem Tag. 86. 42. 48. 48. 47. 48. 51. 58. 41. 69. 55. 41. 44. Der Mann Die Schwerhautetikscheune Barley belagt sich bei der Pension Köselhof in der Barleyber Schulstraße. Gemütliche Fabiente und Tour-Service, sozusagen der perfekte Porto-Lauf. Eines ist diese Pension Köselhof. Wer also überlegt, wo er seinen Besuchkosten plötzlich um die Berufe unterbringt, sollte sich unbedingt anhandeln, können Sie den Pension Köselhof in der Schulstraße Barley benden. Sends out. Ring frei. Runde drei. Runde5. Runde5. Stab! 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 Es wird Lori für die Masse gebracht... Schock, schock! Auf keine Beine. Schock, schock! Stab, Schock so 저 Range... Nicht unterdrücken, ha? Ja! Schock, schock, schock! Halt mal Fo� sauber! Schock! Sauber... Jetzthh!!! Aus dem Ja, auch die beiden Nachwuchstallenden haben alles gegeben, zeigen, dass sie schon vieles können, aber sie werden sicherlich bei weiteren Trainings auch von Jahr zu Jahr besser und da dürfen wir hier gespannt sein und wahrnehmen, was sie uns vielleicht in der Zukunft hier im Ring präsentieren. Ja, Timo hat auch ein fachmännisches Auge auf diese Nachwuchstalente, denn Timo war auch mal jung, kleiner, auch mal? Ich war auch mal kleiner, ja. Kann man sich heute kaum vorröst werden, ja, aber tatsächlich, ja. Gut, dann bitte Beinkämpfer zur Ringenmitte. Ist denn unser Obertauer? Robert Stiefel, sonst könnte man ja auch sagen, die Pokale überreicht die deutsche Eichel, aber nee, der Robert kommt, alles klar. Ja, auch dieser Kampf wird vom Kampfgericht als unentschieden gewertet. Ja, auch dieser Kampf wird vom Kampfgericht als ein der